Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zurück zum Reverse Engineering mit Gitra. Wir widmen uns selbstverständlich wieder mal WannaCry, denn wir wollen definitiv nicht weinen. Und deswegen machen wir jetzt hier weiter mit unserer Reverse Engineering Arbeit. Ja, wir gucken hier mal rein in die nächste Funktion. Also wir haben es letztes Mal herausgefunden, dass hier drin die Global File Handles erstellt werden, haben die dementsprechend umbenannt. Jetzt wissen wir eigentlich, was die Dinger tun. Jetzt gucken wir mal hier rein, was genau passiert hier. Oh shit. Ja, wir haben hier relativ viele Funktionen, die noch irgendwas zusätzliches machen. Und wir sehen hier an f e b p plus minus 4 ist gleich 1. Ja, das bedeutet so viel, wir machen hier wirklich Sachen, die mehr oder weniger nur schlecht in c übersetzbar sind. Okay, wir gucken jetzt mal hier in die einzelnen Funktionen rein. Und ja, im Notfall lassen wir das einfach aus, denn das ist einfach auch nicht so direkt, nun ja, sichtbar, was das hier genau tut. Aber vielleicht ist es ja auch gar nicht so relevant. Initialize Critical Section. Hm, okay. Was genau tut Initialize Critical Section? Und hier gehen wir mal wieder auf die Windows Dokumentation. Und vielen Dank Windows, es initialisiert eine Critical Section Object. Wow, da hätte ich jetzt fast nicht damit gerechnet, dass das sowas tut. Aber ja, es steht auch grob dabei, was es ungefähr macht. Und zwar hier steht es eigentlich auch schon. The Threads of a single process can use a critical section object for mutual exclusion synchronization. Das ist im Endeffekt Mutex-Generierung und ja, Thread-Handling, okay. Das heißt, was wir hier wahrscheinlich tun, ist irgendwas mit Threads. Also das heißt, wir erstellen hier gerade einen zweiten Thread in dieser Funktion, ungefähr zumindest. Und ja, da handeln wir halt sozusagen, was da so alles passiert. Also wir haben hier diese Critical Section. Jetzt muss ich schon wieder zurückgehen, ne? Das ist nervig. Und wir haben hier Sachen, die wir gerade tun, die vielleicht auch mit dem Thread zu tun haben. Also eben sowas wie Pointer initialisieren, damit wir wissen, wo der Thread zum Beispiel starten kann. Ja, also solche Dinge, das heißt, das macht irgendwas mit Threads, okay. Das heißt, was wir hier machen ist, wir wollen uns ja nur einen Überblick verschaffen. Wir schreiben hier irgendwas mit Threads rein. Okay, das reicht uns schon mal, denn vielleicht müssen wir ja gar nicht wissen. Vielleicht ist das einfach nur Setup und es ist uns relativ egal. Dann müssen wir das eigentlich auch nicht tun. Das heißt, wir können in die nächste Funktion reingucken und sehen hier, okay, Global Alloc. Das ist auch eine Funktion, die in diese Richtung geht. Diese Funktion hier, nun ja, hier sehen wir auch nicht wirklich was. Das heißt, wir setzen hier eigentlich auch ungefähr die Threads auf. Thread Setup. Okay, ja, das heißt, wir haben hier zumindest grob mal eine Idee, was diese Funktionen tun. Jetzt ist aber interessant, was genau soll dieses T.WNRY sein? Ja, wir haben es letztes Mal oder vorletztes Mal geklärt, dass das ganze Ding hier eigentlich eine ausführbare, also zumindest eine binäre Datei ist. Binäre Dateien kann man häufig ausführen. Das heißt, hier wird jetzt höchstwahrscheinlich irgendwas passieren, sodass wir eine Datei ausführen, als separaten Prozess zum Beispiel. Und wir sehen auch hier wieder, wir öffnen eine Datei, das ist Param 1, ja. Dieser Param 1, den nennen wir jetzt einfach mal File, ja, File Name, sagen wir jetzt einfach mal dazu. File Name, denn hier wird ja, äh, 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 this, eigentlich sollte das nicht this heißen. Jetzt hat es mich wieder aus der Funktion rausgeschmissen, ich will zurück. So, ähm, eigentlich möchte ich ganz gerne diese Variable nur umbenennen, und zwar statt Param 1 will ich File Name haben, Kollege. This, okay, also this, this it is, ähm, ja gut, ich kann den Param 1 offensichtlich nicht umbenennen, das, äh, das passiert dann also hier unten, dann probieren wir das hier mal, File Name, File Name. So, also wir sehen, ähm, ja, Gitra ist noch nicht komplett bugfrei, aber es ist zumindest sehr, sehr mächtig, und vor allem ist es gratis. Ähm, aber wir sehen hier offensichtlich, wir öffnen eine, beziehungsweise wir erstellen eine Datei, die irgendwas tut, und wir haben hier auch verschiedene Handles dabei, und ja, wir sehen auch hier wieder irgendwas mit WannaCry Ausrufezeichen, macht man mit einem String, wir kopieren also irgendwas mit dem Handle hier, und hier steht auch MemCopy, äh, oder MemCompare, sorry. Ähm, ja, und hier sehen wir jetzt, es ist uns sehr, sehr entgegengekommen, dass wir hier umbenannt haben, was diese DUT-Dinge eigentlich tun. Read File Handle ist schon mal ein guter Anfang hier, wir wissen jetzt wird hier irgendeine Datei gelesen, also quasi, ähm, ja, das hier wird verarbeitet in einen Datei-Handle sozusagen, und, ähm, das heißt, das hier ist erstmal unsere Datei, beziehungsweise unsere Datei-Handle, also renamen wir das hier erstmal und sagen hier File Handle, und ja, jetzt sehen wir hier, okay, File Handle, wenn der ungleich Null ist, dann ist es offensichtlich erfolgreich gewesen, dann kopieren wir da das Zeug rein, und jetzt sehen wir hier, wir kopieren das mit S1Cry, ähm, also im Endeffekt steht hier wieder drin, WanaCry Ausrufezeichen, ja, und das kopieren wir hier in eine lokale Variable, das heißt, wir können hier WannaCry Ausrufezeichen reinschreiben, dann wissen wir, was das Ding ist, Ausrufezeichen, so, ähm, wenn dann wiederum alles in Ordnung ist, dann setzen wir das, also dann machen wir hier weiter, dann lesen wir noch eine Datei und machen irgendwas damit, kann uns eigentlich relativ egal sein, wir machen hier irgendwas mit Dateien, okay, das heißt, ich schreibe hier jetzt einfach mal folgendes hin und sage hier, ähm, Rename Function irgendwas, ups, irgendwas mit Dateien, so, okay, also das ist schon mal zumindest ein Anfang, jetzt können wir hier tatsächlich eigentlich uns noch diese Funktion hier angucken, ähm, hier wird natürlich wieder der File Handle gesetzt, weil hier einfach wieder mal, naja, ähm, einfach eiskalt reused wird, hier haben wir irgendwelche Critical Sections, Critical Sections, das könnte man sich vielleicht, oder gerade daran erinnern, dass das irgendwas mit Threads zu tun hat, das heißt, wir renamen diese Funktion wieder mal, ähm, und da wir hier ein Mem CPY haben, ist das, und hier quasi außenrum eine Critical Section haben, ist das so viel wie ein, ähm, Thread Save Copy, äh, Thread Save Mem CPY, also Thread Save Mem CPY, ähm, so könnte man es zumindest betiteln, das heißt, wir haben jetzt hier eine Funktion schon mal, und, äh, ja, unser Undefined 4 könnte man eigentlich in ein Integer umbenennen, ähm, retype, nee, Edit Function, das da wollte ich, okay, ähm, das ist ein Int, äh, okay, so, okay, das möchte nicht, ähm, macht nichts, wir wissen trotzdem, wir brauchen eigentlich den Rückgabewert auch nicht wirklich, wir wissen ja, was es quasi zurückgibt, ähm, weil wir hier unten, ähm, irgendwas mit Threads, das rufen wir einfach nur auf, genau, und dann sehen wir hier, da, da wird dann dieses Thread Save Mem CPY irgendwann verwendet, äh, Quatsch, nein, nicht hier, sorry, nun ja, ähm, nächstes ist diese Funktion hier, beziehungsweise wir haben hier eigentlich eine vergessen, ähm, und wir können hier wieder sehen, irgendwas mit Alloc wird gemacht, ähm, und irgendwelche Dinge werden kopiert an irgendwelche Pointer Adressen, das ist höchstwahrscheinlich auch wieder irgendwas mit den Threads, das heißt, hier können wir auch wieder irgendwie sagen, ähm, Rename Function, ähm, Copy Stuff, Copy and Alloc Stuff vielleicht eher, Copy and Alloc, äh, ja, Copy and Stuff, Copy and Alloc Stuff, okay, wunderbar, so, das heißt, wir haben hier im Endeffekt den Speicher soweit reserviert, wir haben hier grob zumindest was da passiert, ähm, jetzt machen wir hier irgendwas mit Dateien, und dann kommen wir hier rein in dieses, in diese Function hier unten, öffnen wir die mal, ja, die tut einfach, äh, gar nichts anderes, außer eine weitere Funktion aufzurufen, und zwar mit weiteren Parametern, das heißt, eigentlich ist für uns nur diese Funktion hier relevant, und hier sehen wir, wir haben sehr, sehr viele Labs, ja, und wir haben, wir haben also quasi Konstanten, die hier verwendet werden, ähm, und ja, was auch immer genau die tun, das sind Virtual Alloc, also die Dinger allozieren irgendwelches Zeugs, so, ähm, was hier jetzt also gemacht wird, ist, nun ja, für uns nicht so ganz durchsichtig, ähm, wir machen hier Virtual Alloc, wir machen hier Virtual Free, das heißt, wir machen hier irgendwelches Speicherzeugs, okay, das sind alles Kernel-Funktionen, das heißt, die Sachen sind Windows eigen, ähm, und ja, da können wir eigentlich nicht wirklich was machen, was wir allerdings machen können, ist uns angucken, was diese Funktion hier tut, und im Endeffekt wissen wir dann auch, was die Funktion außenrum tut, okay, so, wir sehen, dass das Ding hier sehr, sehr groß ist, ich will in diesem Video eigentlich bloß mal einen groben Überblick geben, was der Rest noch des Programms tut, ich glaube nicht, dass wir komplett durchkommen werden, und wir sehen, dass das hier eigentlich, dieser Process Heap, ups, der ist eigentlich so ziemlich das Einzige, was uns wirklich weiterentwickelt, hilft hier, das heißt, wir wissen, okay, dadurch, dass wir den Process Heap hier verwenden, machen wir hier irgendwas mit Prozessen, ja, und da bauen wir uns höchstwahrscheinlich einen eigenen Prozess, denn wir haben ja gesehen, dass wir hier weitere Dateien, weitere ausführbare Dateien, tatsächlich haben, die irgendwas für uns tun, das heißt, hier drin passiert gerade gar nichts, außer irgendwie wieder Prozesse zu verwenden, hier sehen wir auch wieder den Aufruf zu S-Task Start, das heißt, wir starten irgendeinen Task, ja, und höchstwahrscheinlich ist das T.WNRY, das heißt, T.WannaCry, denn das ist quasi das Einzige, was wir hier gerade tun, also es reicht, wenn man sich so grob überlegt, was passiert denn hier eigentlich noch, ja, und dann haben wir hier noch eine weitere Funktion, und diese Funktion, nun ja, was macht die? Eigentlich auch nur irgendwelche Pointer rumschubsen, ja, das heißt, hier in dieser Main-Datei passiert eigentlich, oder in dieser Haupt-Executable passiert eigentlich sonst nicht mehr wirklich viel mehr, außer, dass wir hier das Ganze extrahiert haben, und, ja, dann eben diesen ganzen Prozess starten, und eigentlich, nun ja, haben wir hier leider auch nicht mehr mehr, was wir irgendwie verwenden können, das heißt, wir sind eigentlich mit der Main so ein bisschen am Ende, aber wir sind natürlich noch nicht komplett durch, denn wie gesagt, wir haben hier hier noch andere Dateien, diese T.WNRY scheint besonders interessant zu sein, die müssen wir uns auf jeden Fall noch angucken, und dieses Task.dl, Task.se und U.WNRY, vielleicht ist da ja auch noch was drin, ebenso wie in diesem S-Teil hier was drin ist. Okay, cool, ja, da haben wir eigentlich schon sehr, sehr viel erreicht, würde ich mal sagen, wir haben zumindest mal einen sehr guten Überblick bekommen, was da eigentlich gerade so passiert, und, ja, ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen, wir haben uns beim nächsten Mal wieder, bis dann, ciao. Bis dann. Untertitelung. BR 2018